Willkommen bei profischnapp.de hier im Showroom in Empfingen. Ich zeige Ihnen heute ein Relax-Sessel als Schnäppchen und zwar das Modell 326 00 Salsa von Willi Schillig in elektrischer Ausführung in Leder Z7199 Schwarz Black. Nun, was soll ich sagen, ich sitze sehr bequem, das ist die Größe Large, also das ist ideal für Leute, die etwas größer sind, über 1,80m, ich bin 1,83m für mich ideal und ich habe hier vier Knöpfe, Sie sehen es hier, ich drücke jetzt hier drauf, dann kommt die Zunge raus Zunge raus und der Vorteil hier ist, ich kann in jeder Position die Zunge auch anhalten und sie ist schön lang und trotzdem habe ich keinen Blutstau in der Ferse Hier kann ich den Rücken hoch und runter lassen, lassen wir mal ein bisschen runter und dann habe ich oben noch eine Verstellung im oberen Drittel, das ziehe ich dann vor Wunderbar, das Ganze ist drehbar Ich bleibe zu liegen, der Tag ist gelaufen, wunderbar Zwei Knöpfe und alles geht zurück Das ganze Ding ist am Strom angeschlossen, sodass kein Akku benötigt wird, der kann dann auch nicht kaputt gehen Ich sehe, das Ganze sieht sehr ästhetisch aus, sehr schlank, sehr fein, passt gut zu kubischen Formen Schwarz ist sehr neutral, hier kann ich mir gut vorstellen, eine helle Farbe als Kontrast oder auch eine intensive Farbe wie Rot als Kontrast oder natürlich Schwarz mit Schwarz, das geht immer mit Grafit, mit Anthrazit, mit Grau, dann bleiben wir ruhig Also der Sessel passt zu vielem Salsa von Willi Schillig ist eine Kleinsehe, die sind so ganz neu in einem Leder produziert, das es jetzt nicht mehr gibt aber ein super solides Longlife Leder, pflegeleicht, männer geeignet Wenn Sie einen Relax-Sessel suchen, der sehr bequem und sehr ästhetisch ist und ideal für Personen über 1,80 in Leder Schwarz empfehle ich Ihnen Salsa von Willi Schillig Schnappen Sie zu! Dankeschön und Tschüss, Ihr Lutz Reinhardt